Mein Gedanke war an eine kleinere Sphäre. Wenn ich da zoome, da sieht man in der Mitte irgendwie so einen Kern. Und dann kam was geflogen, was Grosses. Und es kam eine Flamme raus, die blau-grün, also 150 kmh oder so was, schätze ich mal. Das war komplett halbgrün geleuchtet. Also ich denke mal, es muss vom Weltraum gekommen sein. Hast du etwas Unerklärliches gesehen, gefilmt oder fotografiert? Melde dich via unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.hangar18b.com Wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt geht's los! Hallo da draussen. Heute haben wir einen weiteren Uferzeugen. Wir sprechen heute mit Johannes. Hallo Johannes. Hallo Johannes. Hallo Johannes. Hallo zusammen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke. Du hast uns ja eine Videoaufnahme geschickt. Ja. Sehr spannend. Von wann ist die? Und wie hat das von Auge aus geschaut? Also die ist vom 24. September. Das war ein Freitag. Ich habe gerade das nochmal auf dem Handy geguckt. Und ja, ich bin eigentlich, ja, ich glaube ja nicht mehr an Zufälle. Ich bin im Balkon rausgesessen mit einer Tasse Kaffee in der Hand, habe mich hingesetzt und dann gucke ich so und dann sehe ich einen Punkt, also oben so einen leuchtenden Punkt und dann weiter unten so schräg versetzt, also nach links, ja, aber größer. Und dann denke ich, ja, Stern sieht eigentlich mit einem Stern aus. Das obere ja, aber das untere eigentlich nicht, ja. Habe dann nicht weiter geguckt, habe halt dann noch geraucht, also beziehungsweise meine Dämpfe und Kaffee getrunken. Und dann merke ich auf einmal, ist das Licht weg. Ja, ich habe nicht gesehen, wie es weg war, sondern war weg. Und dann habe ich hingeschaut und dann kam es wieder, ja. Und dann bin ich in mein Zimmer gerannt und habe das Handy geholt, ja. Und dann habe ich mich hingestellt und dann habe ich das gefilmt. Das sieht man ja, wie es dann auch mal gesumt wird. Ja, und das so ein, zwei Minuten lang, ja, also circa zwei Minuten. Und, ja, und dann hat es halt auch angefangen, also war weg, kam es wieder, war weg, kam es wieder, da habe ich näher hingezoomt, ja. Und da habe ich, wo ich das Video dann reingeguckt habe, das habe ich dann gesehen, dass in der Mitte irgendwo so ein Kern, also in dem Licht praktisch so ein Kern war, ja. Und dann habe ich gewusst, aha, also ich war richtig, muss ein Uwe gewesen sein. Und dann war es, hat es noch mal, ich weiß nicht mehr, ich glaube, hat es noch mal geblinkt oder war es, oder ist da ausgegangen. Und am Schluss habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Auf jeden Fall war es dann, gerade bei dem Zoom-Moment, wo ich dann mehr erwartet habe, ja, hat es sich auf jeden Fall abgeschaltet. Und da habe ich das irgendwie so gemacht. Ich weiß nicht, auf der Aufnahme hört man es, glaube ich, ja. Und, ja, das war es eigentlich, also, wo es war die Richtung, das bei uns, also, es hat es ausgesehen, wie wenn es über einem Wildpark steht, ja. Aber ich glaube nicht, dass es der Wildpark jetzt direkt war, weil der Wildpark ist schon eigentlich ziemlich nahe. Was heißt ziemlich nahe, er ist schon auch so 10 Kilometer weg, ja, so ungefähr 17 Kilometer Luftlinie. Aber das, das, die Sichtung, also das Uwe, das muss noch ein bisschen weiter weg gewesen sein. Und wenn man dort, wo ich rausgeschaut habe, in die Richtung, dann guckt man praktisch Richtung Heidenheim, ja, also das ist die Richtung. Und ich denke mal, dass das zwischen Böhmenkirch und irgendwie Steinheim und Heidenheim dort gestanden ist. Also, von meiner Einschätzung her, es kann auch näher gewesen sein, aber wieder weg gewesen sein. Und meine Einschätzung von der Größe her, das fragt mich jetzt bestimmt auch, also der Punkt, weil das so groß war und die Strecke, wo es, wie weit es weg war. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das es war, das kann ich schlecht auch einschätzen, ja. Aber ich denke mal, also ich würde mal sagen, drei Meter. Mal einfach so hingehauen. Weil ich weiß nicht, was hier, ich habe es ja bestimmt, wo ihr es angeschaut, vielleicht habt ihr Sachen durch irgendwelche Bearbeitungsdingen laufen lassen, vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr dazu sagen. Also das ist, das war eigentlich, was ich sagen kann. Nur da gibt es auch noch eine kleine Vorgeschichte. Ich habe ja auch ein Foto geschickt, das habt ihr bestimmt, ihr habt euch ja auch angeguckt, mit Sicherheit. Wo da so, da habe ich ja geschrieben, da haben so Sprühflugzeuge in Ufo in den Himmel gemalt. Also es waren drei Flugzeuge, drei Sprühflugzeuge. Zuerst habe ich zwei gesehen und das war am 14. oder am 13. September, also praktisch zehn Tage vorher. Und das war auch ungefähr die gleiche Richtung. Also wenn man da guckt, da sieht man auch unten, sieht man da den Wind, also die Spitze von dem Windpark, aber es ist nicht hergezoomt gewesen von mir, weil das Ding, was am Himmel war, war ja viel größer. Also da brauchte man ja eigentlich zoomen, ja. Und ja, das war eigentlich so, was meine Sichtung war und mein Erlebnis toll zu war. Ja, ich habe aber letztes Jahr noch was anderes, aber da können wir später mal. Ich weiss nicht, wie lange, dass dieser Stream zählt hat. Nachdem das Objekt am Ende des Videos verschwindet und es war ja genau so, du hast hineingezoomt und in dem Moment geht es weg und es kommt nicht mehr, hast du es später nochmals gesehen? Nein, wie wenn ich es gewusst hätte, dass sich da jetzt niemand drum kümmert, ja, so ungefähr. Okay. Weil ich halte solche Sachen mittlerweile nicht für ausgeschlossen, weil ich denke mal, in der Zeit, wo wir jetzt leben, werden ziemlich viele Wahrheiten auch zu Tageslicht kommen, auch jetzt was UFOs anbelangt. Und wir müssen uns, glaube ich, auch ein bisschen aus dieser Physik oder Natur, wie heißt das, Naturkunde, Naturlehre, da ein bisschen verabschieden. Weil ich denke, dass es eher so in die Quantenphysik und Quantenmechanik geht und über Wellen und Frequenzen und so. Und ich denke, dass man da eher schon richtiger liegt als in die anderen Sachen. Und UFO, ja, gut, es kann von Außerirdischen sein, aber ich denke, man muss auch an Dimensionsfahrzeuge denken, ja. Also, mein Gedanke jetzt. Ich kann es nicht beweisen, aber wie gesagt, mir scheint es so, weil es gibt auch Dimensionswesen und daher denke ich mal, wenn wir da schon in die Richtung gehen können, müssen dürfen. Irgendwann. Ich habe noch eine kurze Frage zu deinem Video, wo du uns geschickt hast. Da sieht man so drei leuchtende rote Punkte. Das ist der Windpark. Ja, das ist der Windpark. Das sind die Massen, die blicken. Das ist halt für die Nacht. Weil das war, wie gesagt, September, wie gut wird es da gewesen sein. 20.30 Uhr so. Und in der Dämmerung war das schon, ja. Hast du dann irgendwelche Geräusche noch gehört? Also, klar. Nein, das war quasi zu weit weg. Wenn es Geräusche gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gehört. Wie gesagt, das war an einem Punkt die ganze Zeit, wie ich es beobachte, schon im Sitzen, wo ich da gesessen bin, ja. Und wo ich da reingemassen habe, war es dann auch immer noch da. Und das hat dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Mal das so ein Video zu sehen ist, das Leuchten und dann wieder abschalten und dann wieder kommen. Also, zwei, drei Mal war es bestimmt, ja. Und da habe ich, also da wäre ich mir schon sicher, dass es ein Ufer sein muss. Weil, wie gesagt, und vor allem die Stärke von dem Licht und drumherum und erst mal reingezogen, hat man irgendwas gesehen. Und ich glaube nicht, dass es ein Helikopter war. Weil das ist stur, schräft, am Dings gestanden und bei Helikopter, denke ich mal, dass da wahrscheinlich man gerade beim Zoom ein bisschen eine Bewegung gesehen hätte. Ja, also du hast keine Bewegung gesehen. Für dich stand das am gleichen Ort die ganze Zeit. Nein, nein, das, was man jetzt zum Beispiel sieht auf der Kamera, wo es sich da bewegt, das ist das vom Zoomen, ja. Und vom Balkon stehen und von dem freihändig halten, das Zittern. Aber das war jetzt sowieso nicht so arg, also ich habe mir Mühe gegeben. Ja, ja, nein, es ist eine gute Aufnahme, ja. Man könnte das ja als klassisches UAP beschreiben. Kann man auch, also ich würde das jetzt... Das war ja ein Licht, aber das Licht hat alles überstrahlt, das heisst, du konntest keine Form sehen. Ja, am Anfang nicht, aber erst, wo ich dann reingezoomt habe, da war es mal so, also wenn man auf dem Video, also wenn man das Video anguckt, und dann bei der Schlusssequenz mal guckt, dann sieht man, wenn ich da zoome, dann sieht man in der Mitte irgendwie so einen Kern, ja. Ja, ich denke mal, also wie hat das so ausgesehen, also mein Gedanke war an eine kleinere Sphäre, ja, also schon eine Sphäre mit dem Kern, also die Sphäre als Kern, aber drumherum halt das Kralle-Licht. Ja, 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 alles klar, ja. Hast du die Tage danach im Internet gesucht, ob das auch jemand gesehen hätte, oder ob da irgendetwas berichtet wird? Nein, eigentlich nicht, weil es ist so in der Regel. Es müsste normalerweise noch jemand gesehen haben, ja, aber viele, erstens, trotzdem nicht, und zweitens, viele, ich sage immer, die Ungläubigen, ja, die glauben, das erst, wenn es den Vorderlatz gekleilt wird, ja, das ist genauso wie jetzt in den Zeiten, ja, die glauben halt, die Sachen, was sie glauben wollen, und die anderen Sachen, wo halt nicht sein dürfen, ja, die glauben sie halt nicht. Ich habe so ein Motto, das heißt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das heißt, somit gibt es alles. Was man sich nur vorstellen kann, gibt es irgendwo. Sobald man eine Energie reingibt, automatisch ist der Funk gezündet, ja, und irgendwann erscheint halt irgendwann sowas, ja. Das glaube ich. Ja, dann hoffen wir, dann hoffen wir, dass das jemand sieht und sich bei uns meldet, wo man das auch gesehen hat, ja. Ja, vielleicht jetzt nur durch das, vielleicht der, der, der euch auch guckt, wird es bei uns so hinternehmen. Ich meine, das wird wahrscheinlich im Raum Schwämmisch-Kundig der einzigste sein, wo ihr euch schaut, ja. Das wissen wir nicht, ja, ja. Aber du hast ja gesagt, du hast noch was gesehen. Ja, das war letztes Jahr im Sommer. Das war, was, zuerst habe ich es gehört, bin erschrocken und dann habe ich es gesehen und da es so schnell war, konnte ich kein Handy mehr holen und weil mein Handy nicht nebenan am Tisch gelegen ist, war es mir unmöglich zu filmen oder zu fotografieren. Und zwar war es so, ich habe ein Geräusch gehört. Ihr wisst ja, wie sich das anhört, wenn man dampft. Da blubbert es noch zuerst, ja. Und es war genau so ein Blubbern, nur viel lauter. Also wenn man irgendwas, eine Flüssigkeit verbrennt oder so, ja. Aber viel lauter, ja. Und da habe ich gedacht, wo das laut war, es hat ein bisschen gedauert und dann kam was geflogen, was Großes. Es hat ausgesehen wie, also nicht riesengroß, sondern ungefähr so groß wie das Regal hier, so, ja, wie groß, 70, 70, 70, 80 Zentimeter groß, ja, in der Länge. Und das hat ausgesehen wie, wie eine Rundpyramide oder man kann es besser erklären, wie so ein Springkopf von einer Rakete. Also praktisch eine Raketenspitze. Nur vorne abgerundet, ja. Aber, bis ausgesehen, also, jetzt nichts Metallisches, sondern kristallin. Also ein grüner Kristall, ich sag mal, für mich hat es ausgesehen wie eine Sonne. Also in kristalliner Form, auch praktisch, das hat so Muster gehabt, wie ein Kristall. Also, ihr wisst ja, es gibt ja Kristalle, wo praktisch, ja, wie soll man das beschreiben? Also so runde, so runde Einbuchtungen, da wieder hoch, rund, hoch, rund, ja. Also praktisch wie, wie zum Beispiel von, von, äh, vom Krokodil, äh, nicht Krokodil, äh, von der Schildkröte, die der Panzer oben drauf, hat er so Platten, so Quadrate und so drauf, ja. Nur da, bei dem Ding war es, war es rund und umgekehrt, also praktisch die Hohlseite nach oben gekehrt, ja. Also, so wie halt so ein Kristall ist, aber so ein grüner Kristall. Und, was, da haben wir halt im Teil, hinten dran, also, war, es war rund, also war keine Ecke hier oder so, es war, da, also praktisch dort, wo ich, schätze mal, sowieso, als gesagt, der Antrieb war, rund gewesen, hat grün geleuchtet, und es kam eine Flamme raus, die blau-grün aufgeflammt ist. Und ich denke mal, das ist reingekommen, also über der, das war eine Sonne schon irgendwo hingeflogen, und zwar ist das richtig, bei mir, Richtung Überwalsstätten bis Golding hinaus, also praktisch so Richtung, Richtung Süßen, Dunsdorf, Köppingen, da, also nicht Köppingen, da, Geislingen, so die Gegend da. War das am Tag oder in der Nacht? Am Tag, und ich lebe ja im Hochhaus, am 10. Stock, und das war, also, über mir so 15, 20 Meter, also, das war sehr nahe, ja. Und wie schnell war das, also, ich schätze mal, so, wie schnell war es gewesen, muss es sein, also, 100, 150 kmh oder sowas, schätze ich mal. Also, wie gesagt, wenn ich reingelaufen wäre, die Kamera konnte, hätte ich es nicht mehr gesehen, ja. Wenn ich es dabei gehabt hätte, hätte ich mein FW aufgemacht, vom Handy aufgeklappt und Ding eingeschaltet, da hätte ich vielleicht noch gesehen, bis praktisch, und dann mit dem Zoom gleich richtig erwischt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich das gerade noch in den Ballstätten erwischt, ja. Und neben dem Blubbern als Geräusch, hast du da noch was weiteres? Nein, das war nur das, das war praktisch, was in die Atmosphäre, also, ich denke mal, es muss vom Weltraum gekommen sein. Ich denke mal, was von der Atmosphäre in die Atmosphäre eindrückt, das praktisch so, durch die Hitze und so, und da hat es halt geblubbert, und ich denke mal, der wird auch da schon den Antrieb, das ist so, der antrinkt die Flamme, das hinten, da wo der Antrieb sitzt, das war komplett halbgrün geleuchtet, ja, das war geleuchtet, nur außen war die Flamme, es hat auch so ausgesehen, wie wenn das abgeschlossen wäre, das Hinterteil, ja. Sollte es, wie wenn das Gläsern abgeschlossen wäre, es hat nur nach außen geleuchtet, es hat nicht gespiegelt, also, ja. Ich denke mal, dass da hinten der Plasma war, wo dann auch nach außen wirkt, praktisch, wo die Flamme halt noch einen Rest von dem Antrieb, ich denke mal, dass der Antrieb dort ausging, und da durch das Plasma, vielleicht hat das Plasma auch die Geräusche gemacht, wo dann jetzt noch die Flamme dran ist, was praktisch über das Durchsicht, ich sage mal jetzt, plastisch gesagt, für uns Glas oder Scheibe, ja, das Plasma durchdringt, und durch das Durchdringen und die Zündkraft, was es hat, da wahrscheinlich den Antrieb generiert hat, ich habe keine Ahnung, ich habe ja von Antrieben keine Ahnung, ja, also, so ungefähr könnte ich mir das eventuell noch vorstellen, aber war so schon, und da habe ich mir das schon geärgert, dass ich mein Handy nicht dabei gehabt habe, ja. Und wie gross war das im Durchmesser ungefähr? Ich schätze mal, so ein grobes Schatz, 40, 30, 40 Zentimeter. Also doch schon ein gutes Kaliber, ja. Ja, ja. Ja, aber ein Projektil, ein herkömmliches, mit diesem geringen Tempo, das kann nicht fliegen, das fällt herunter, also... Ja, sagen wir mal so, wenn es ein irdisches, also wenn es von Menschenhand gemacht wäre, würde das wahrscheinlich nicht so sein, aber ich denke mal, dass es wahrscheinlich der Antrieb zur Dringung ist, und dass es wahrscheinlich irgendwie anders über Energie vielleicht... Wie soll ich sagen? Ich glaube, in Dimensionssachen, vielleicht, dass es halt zwar sichtbar in dieser Dimension war, aber von einer Dimension in einer anderen Ebene, ja, wo es die Schwerkraft nicht gibt, denke ich mal, ja. Also praktisch von der dritten Dimension in die vierte Ebene, also in der dritten Dimension, dass es da vielleicht Ebenen gibt, wo man sich vielleicht auch bewegen kann, und da keine Schwerkraft gibt, aber in der dritten Dimension man dorthin sehen kann, und das dann sehen kann, ja. Praktisch von der, von der, vom Weltraum rein, von der 3D, und dann rüber in das Ding, Antrieb aus, und dann auf der, auf der Dix, auf der anderen Ebene geflogen ist, ja. Und, äh, das ist nur Spekulation, aber ich denke an das. Ja, ja, klar. Dieses Blubbergeräusch hast du die ganze Zeit über gehört, wo das... Nein, nein, das war nur beim, beim Eintritt. Das hat richtig, richtig, richtig stark, also richtig laut geblubbert, das hat richtig Gehalt hier, ja. Ich bin ja, deswegen sage ich, ich bin ja erschrocken, ja. Und dann läuft einmal kommt das Ding, aber dann war es schon ruhig, ja. War nur, tschüss. Ja, also meine Schätzung ist mit Hundes, kann auch schneller gewesen sein, ja. Ja, ich will das nicht, äh, aber, sagen wir mal so, sagen wir mal, wenn es schnell war, zwischen 100 und 300 Kilometer, okay. Ja, und da könnte sowas auch noch, wenn es mit dem Antrieb, wenn der Antrieb, äh, vielleicht jetzt ausgeschlägt hat, muss es ausschalten, damit es auf eine gewisse bestimmte Höhe kommt. Weil der ist ja nicht gleich, also praktisch, der ist dorthin geflogen, aber der ist ja nicht abgefallen. Das ist nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel ein, äh, nicht Komet, ein, äh, Meteorit, ja. In die Atmosphäre rein, der verglüht dann, entweder verglüht er, wenn es dann größer ist, dann fällt er irgendwann zu Boden, ja. Sowas war das nicht. Das war was Gesteuertes, ja. Entweder, das ist dort irgendwoher geschickt worden und dann von dort, wo es jetzt praktisch hingeflogen ist, ist wahrscheinlich von dort weiter übernommen worden, dort, wo es hin soll. Und wir wissen ja, es gibt da so Untergrundsachen und ich denke mal, das, was da gekommen ist, das war nichts Gutes, ja. Hattest du früher, vielleicht in deiner Kindheit, schon, äh, solche, äh, Erlebnisse gehabt? Nein, also ich hab, ich hab, sag mal so, mit Ufos fing es bei mir so an. Ich war ungefähr 14, 15 Jahre. Und da bin ich beim Arzt gesessen, nee, das war, nee, halt, das ist falsch, falsch, was ich sag. Ich war noch jünger, ich war jünger, ich war, äh, glaub so 10, 11 Jahre rum, ja. Und da hat man so bei uns, bei den Jungs, wir haben da nichts mit Ufos oder so zu tun gehabt. Ich bin nur mal in der Arztpraxis gesessen und hab, äh, Spiegel oder Stern, was das war, hab da so durchgeblättert. Und da kam so ein Bericht, Erich von Däniken und da kam ein großes Foto von so einer, äh, von so einer, äh, von so einer, äh, von so einer Flugscheibe, also ein Bild, wo, so eine Wolke, wo eigentlich ein Ufo darstellen sollte, ja. Ja, weil heute weiß, weiß man ja, dass, äh, Ufo sich manchmal auch in solchen Wolken verstecken, ja, also als Tarnung oder so, ja. Und da hab ich halt den Bericht gelesen, da bin ich auf den Erich von Däniken gekommen. Und von da an war ich im, im Ufo-Thema schon ein bisschen drin. Und, äh, sag mal so, ich hab schon immer geglaubt, dass, äh, die Welt, äh, dass, dass es, äh, wie soll ich das sagen, schwer zu sagen, was ich da sagen will. Ja, ja, äh, das halt alles irgendwie doch anders ist, als wir das so sehen, ja. Hab ich schon als Kind, ja, ich war, äh, Raumschiff, Raumschiff Enterprise, wo wir gespielt haben. In den Baustellen haben wir uns, und so, die, die Dinger da, und ich war immer gern der Captain Kirk, ja, so, soll ich sagen, ja. Ja, und irgendwie war, ich hab das nie verloren, ja. Johannes, vielen, vielen Dank, das war sehr, sehr spannend, danke für deine Zeit. Ja, kein Problem, gerne, da will ich wieder was sehen, ja. Und für die Offenheit. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich auch, äh, wieder kontaktieren. Selbstverständlich, gerne, ja. Ja. Dankeschön, danke, ja. Ja, hab mich auch gefreut. Danke, 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 danke.